Kultur Berlin Live on Tour hier heute an Karfreitag 2011 vor der Oper in Leipzig zur Wiederaufnahme des Parsival unter Chefdirigent Ulf Schirmer. Heute Abend in einer bunten Besetzung, Lioba Braun wird die Country singen, Stefan Finke den Parsival, James Möllnhoff den Gurnemanns. Wir dürfen wie immer gespannt sein und mehr zur Inszenierung, zur Produktion, zu Gesang und Musik lesen Sie hier in bekannter Form bei Kultur Berlin on Tour.